Heutiger Flip ist ein Wallflip, absoluter Klassiker, das heißt, ich trete gegen die Wahn, macht aber in Rückwärtshaltung. Oder muss ich einmal was ganz, einmal auch mal wirklich, muss ich auch einmal nochmal was sagen. Ja, dann sagt er, ich bin Rentner, aber ich entwickle mich in eine Richtung, wo ich denke, Bruder, ihr, so, mit 20 dachte ich auch, ich bin unsterblich. Wisst ihr, was ich meine? Aber ey, ich hab da was gesehen bei einem dieser Jungs, der ist ja aus einer Gruppe. Ich, 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 ich konnte, ich konnte das nicht. Das, es hat mich, ich hab mir das angeschaut und ey, es hat mich so fertig gemacht. Ich dachte, irgendwann passiert bei denen was. Wann kommt es dann nach Ingolstadt? Jungs, das, 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 das geht nicht. Ihr seid jung, aber ihr denkt wirklich, ihr seid unsterblich. So, aber das hier, als ich das gesehen habe, dachte ich wirklich, wie, wie, das kann man vorher nicht testen. Und, ähm, der Jubelschrei, der danach kommt, ist ja nur, wow, juhu, ich hab's überlebt. Ich zeig euch das jetzt. Nichts für schwache Nerven. Bruder. Junge! Ja! Alter! Ja! Ich hab das gesehen und dachte mir wirklich, ey, ihr macht da einen Schneeberg. Das ist eine Höhe, in der, weißt du, und dann irgendwann sitzt mal einer im Rollstuhl und sein Leben lang bereut man, was man da gemacht hat. Und ich hab dann drunter stehen, keine Ahnung, ich mach bei diesen Videos echt Sorgen. So, mach keinen Unsinn. Das hat mich echt, wo ich, ich hab mir das so oft angeguckt, hab's meine Frau gezeigt und hab gesagt, Alter, das ist so das erste Mal, dass ich ein Video sehe. Man kennt ja noch, wisst ja noch, diese Videos, die mal aus Russland kamen, wo Leute oben geklettert sind. Und dann kam die Meldung, da ist einer gestorben, so Videos, die man sich nicht, die du nicht lange hingucken konntest, wo du auch zu Hause sagst, nech! Das kann ich nicht, aber Alter! Und ich hab dann so gelesen, wie alle das so extrem abgefeiert haben, äh, ja, also, die Kommentare, die ich damals hatte, waren auf jeden Fall, naja, das sind die Kommentare auch eher scherberter als ich, da dachte ich alle, wow, geil, 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 und dann hab ich mir die Profile angeguckt, so, also junge Kerle, wir sind nicht unsterblich. Ich würd's nur sagen an der Stelle, wenn ihr sowas macht, das lässt sich auch nicht ausrechnen. Wenn du da falsch aufkommst, nur ein bisschen, um ein paar Zentimeter, wenn da irgendwas ist, dann, dein Rücken, der verzeiht dir das nicht. Jahrelanges Training, ja, mit 20 Jahren, oder ich weiß nicht, wie alt der ist, aber sehr jung. So, da hab ich mir echt, da dachte ich echt krass, und das sind dann nur so Dinge. Wie hoch ist denn? Bruder. Ja! Ja! So. Was ist die Freude? Ist die Freude, du hast es überlebt, oder dass du es gemacht hast? Ich fand das schon, ey, macht keinen Unsinn, ich versteh das, euer Hobby und sowas, aber es ist so, vielleicht bin ich auch schon mit 37, vielleicht ist bei mir der Verstand, setzt der Verstand auf einmal ein. Nee, aber wir haben damals so nicht gemacht. Ich sag, ey, ich find's einfach nur ein bisschen, macht euer Zeug, aber macht nicht so, dass, bis einer heult. Bis einer heult. Bis einer heult. Mein Gott, wie ich hier habe, ich werde in der Tat zu verabschieden. Ich werde in der Tat zu verabschieden.